Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung und die EU-Kommission haben ihren Streit über die Pkw-Maut beigelegt. Damit hat das Vorhaben von Verkehrsminister Dobrindt eine wichtige Hürde genommen. Autofahrer sollen zwar für ihre Mautzahlungen weiterhin über die Kfz-Steuer entlastet werden, aber nicht unbedingt in gleicher Höhe. Die EU-Kommission hatte die Koppelung beanstandet, weil sie darin Nachteile für andere EU-Bürger sah. Deutsche Autobesitzer sollen unterm Strich keine Mehrkosten haben. Als wäre nie etwas gewesen. Über Monate hatten die EU-Kommission und der deutsche Verkehrsminister gestritten. Doch heute Abend strahlende Gesichter. Einer Pkw-Maut in Deutschland stehe nun nichts mehr im Weg. Es wird keine Mehrbelastungen für inländische Autofahrer geben. Und zukünftig wird jeder, der unsere Autobahnen nutzt, auch einen angemessenen Beitrag an der Finanzierung leisten. Deutsche Autofahrer kostet die Maut künftig je nach Schadstoffausstoß zwischen 0 Euro für Elektroautos und 130 Euro. Im Gegenzug erfolgt eine Entlastung über die Kfz-Steuer. Diese aber, um der EU-Kommission entgegenzukommen, nicht mehr automatisch in gleicher Höhe. Stattdessen sollen die Besitzer schadstoffarmer Autos besonders entlastet werden, sogar um mehr, als sie die Maut kostet. Die Kommission ist umgefallen, vor Deutschland eingeknickt, aber auch vor dem europäischen Recht. Denn mit dieser Maut werden nur die Ausländer belastet. Damit Ausländer die Autobahnen nutzen können, müssen sie Vignetten kaufen. Diese kosten für 10 Tage beispielsweise zwischen 2,50 Euro und 20 Euro. Ursprünglich waren maximal 15 Euro vorgesehen. Durch diese Preissteigerung und geschätzt künftig mehr ausländische Fahrzeuge auf deutschen Autobahnen hofft der Verkehrsminister sein Ziel zu erreichen, mit der Maut 500 Millionen Euro einzunehmen, jedes Jahr. Doch genau das halten Kritiker für eine ziemlich optimistische Rechnung. Sie fürchten viel bürokratischen Aufwand für ein Prestigeprojekt, das womöglich nur wenig einbringt. Und auch die Nachbarn Österreich, Belgien und die Niederlande sind unzufrieden. Österreich erklärte heute, wenn die EU jetzt nicht mehr dagegen klagt, dann womöglich wir. Der Bundestag hat heute eine Reform für Menschen mit Behinderungen beschlossen, das sogenannte Bundesteilhabegesetz. Ziel ist es, den Betroffenen mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen. Sozialministerin Nahles sprach von einem Systemwechsel. Die Opposition warf der Regierung vor, auf Kosten von Behinderten zu sparen. Die Erwartungen seien enttäuscht worden. In Deutschland leben mehr als 10 Millionen Menschen mit Behinderungen. Andrea Nahles ist gegen Wind gewohnt, aber für kaum ein Vorhaben hat sie so viel Unmut geerntet, wie für ihren Entwurf zum Bundesteilhabegesetz. Betroffene sperrten sich aus Protest symbolisch in Käfige ein, ketteten sich vor dem Reichstag an, riefen zu Demonstrationen auf. Erfolgreich. Im Gesetzgebungsverfahren wurde nachgebessert. Die Verbesserungen, die haben auch damit zu tun, dass da draußen eine Community engagierte Menschen sind. Dass Leute sind, die nicht aufgehört haben, uns vorzulegen, was für sie Selbstbestimmung bedeutet. Betroffene dürfen nun Erspartes behalten, auch wenn sie Leistungen beziehen. Und? Bei der Eingliederungshilfe werden Einkommen und Vermögen von Ehe- und Lebenspartnern künftig nicht mehr herangezogen. Diese lebensfremde Regelung wurde von vielen schlicht als Heiratshindernis empfunden. Die schaffen wir ab. Außerdem, für Menschen mit Behinderung soll es künftig mehr Hilfe im Alltag geben. Das begrüßt auch die Behindertenbeauftragte. Allerdings kritisiert sie, dass solche Leistungen gepult werden können. Das heißt, mehrere Betroffene sich eine Assistenz teilen müssen. Ich finde, Menschen mit Behinderung sollten definitiv das Recht haben auf eine eigene Wohnung oder auch auf Assistenz in der Freizeit oder für kulturelle Erlebnisse. Und dieses Recht müssen sich Menschen mit Behinderung auch weiterhin mit Sicherheit erstreiten, weil die Formulierungen da sehr weich sind. Kritik auch von der Linkspartei. Sie schränken die Rechte von Menschen mit Behinderung ein, und zwar aus Kostengründen, weil sie Kosten sparen wollen. Im Bundestag wurde das Gesetz verabschiedet. Nun muss der Bundesrat noch zustimmen. Den Behörden in Deutschland und anderen Ländern ist ein großer Schlag gegen Cyberkriminalität gelungen. Nach langen Ermittlungen sei die wohl weltweit umfangreichste Infrastruktur zum Betrieb sogenannter Botnetze aufgedeckt worden, wie die Staatsanwaltschaft Pferden und die Lüneburger Polizei heute mithalten. Botnetze werden für illegale Aktivitäten etwa zum massenhaften Versenden von Spams und Mails mit Anhängen und Links genutzt. Zuletzt seien vor allem Online-Banking-Kunden geschädigt worden. Mehr als vier Jahre Ermittlungsarbeit liegen hinter ihnen. Gemeinsam mit Kollegen aus 41 Staaten gelang der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Pferden und der Polizei Lüneburg ein Schlag gegen weltweiten Datendiebstahl und Internetbetrug. Der Schaden? Mehrere hundert Millionen Euro. Es gab Internetnutzer, die geschädigt wurden im Rahmen des Online-Bankings. Es gab Internetnutzer, die, wenn sie in ihre Mail-Account reingegangen sind, die Nachricht bekommen haben oder festgestellt haben, dass sie 2000 Mails verschickt haben, die aber nicht angekommen sind. Oder es gab auch Internetnutzer, die von ihren Providern angeschrieben worden sind mit dem Hinweis darauf, dass ihre Rechner infiziert sind. Die Ermittler sprechen von der weltweit bislang größten Aktion zur Zerschlagung von Computerschadprogrammen, sogenannten Botnets. Die funktionieren so. Kriminelle installieren Mails mit schädigendem Anhang auf fremde Computer. Durch Anklicken wird der PC infiziert und Teil eines riesigen Netzwerkes. So konnten die Angreifer von mehr als 50.000 Rechnern zeitgleich infizierte Spam-Mails aussenden, etwa zum Online-Banking oder Ausspälen von Passwörtern. Das Trickreiche dieser Art von Kriminalität besteht darin, dass es nicht gerade ein Headquarter, ein Hauptquartier gibt, sondern das eine vernetzte kriminelle Organisation ist, die an vielen Stellen der Welt arbeitet. Nach Russland und den USA sei Deutschland am stärksten betroffen. Bislang wurden 16 Beschuldigte identifiziert, 4 sitzen bereits in Haft. Um die Privatsphäre, den freien Zugang zu Informationen und um Automatisierungen in der digitalen Welt geht es einer Initiative von Politikern und Prominenten. Sie haben einen Vorschlag für eine europäische Charta der digitalen Grundrechte veröffentlicht. Angestoßen hat das Projekt die Zeitstiftung. Im Mittelpunkt steht dabei der Schutz des Einzelnen gegenüber Staaten und internationalen Großkonzernen im Zeitalter der Digitalisierung. Handys, die besser als ihr Nutzer wissen, wie gesund er ist. Waschmaschinen, die mitdenken. Und Roboter, die Hasskommentare im Internet schreiben. Die digitale Welt, mal bringt sie den Menschen Schönes, mal Schreckliches. Die Charta für digitale Grundrechte soll Schutz bieten. 27 Menschen hatte die Zeitstiftung vor rund einem Jahr eingeladen, darüber nachzudenken. Unter den Initiatoren Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo, Schriftstellerin Juli C. und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Müssen wir nur mal einmal ins Netz schauen und sehen, wie stark die Menschenwürde heute dort in Frage gestellt wird. Was können wir dagegen tun? Wie können wir uns schützen? Und vor allen Dingen die Frage beantworten, beginnt das nicht mit einer Definition dieser Rechte, auch in der digitalen Welt? Mit ganzzeitigen Anzeigen in vielen Zeitungen machten die Initiatoren heute auf ihre Kampagne aufmerksam. In 23 Artikeln fordern die Unterstützer unter anderem, die Menschenwürde auch im Netz zu achten, Meinungsfreiheit zu gewähren, Datenschutz und Datensicherheit durchzusetzen und künstliche Intelligenz zu kontrollieren. Das Ziel, zunächst eine rege Diskussion im Netz. Später soll aus der Charta noch mehr werden. Die kann nicht und soll nicht für sich alleine stehen. Das steht auch in der Präambel in unserem Entwurf schon drin. Daraus sollen irgendwann konkrete Gesetze folgen. So war es bei anderen Kartas oder Karten auch. Schon nächste Woche will Martin Schulz die Charta in Brüssel in einem Ausschuss des Europäischen Parlaments vorstellen. Die Bundeswehr wirbt um Nachwuchs. Und dabei geht es nicht nur um die 170.000 Soldaten. Allein bei den rund 70.000 Zivilbeschäftigten wird bis 2030 rund die Hälfte altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Die Einstellungspraxis für Soldaten und Zivilpersonal soll erleichtert werden, sagt die Verteidigungsministerin. Ein Beispiel, auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss sollen eine Chance haben. Natürlich brauchen wir den Einser-Kandidaten aus dem Abitur. Genauso selbstverständlich wie die junge Frau, die ihren Abschluss nicht geschafft hat, weil sie viele Probleme hatte. Die aber viel kann und bei uns durchaus auch Ausbildung nachholen kann. Dass die Bundeswehr mehr Personal braucht, sagen auch die Grünen, sind beim Schulabschluss aber skeptisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder die andere gibt, die auf diesem Wege den Hauptschulabschluss nachmacht und trotzdem für den Dienst bei der Bundeswehr geeignet ist. Trotzdem wird das jetzt auch nicht Massen von Menschen ansprechen. Und mir macht es große Sorge, dass in einem nächsten Schritt eventuell die Anforderungen abgesenkt werden. Das Personalkonzept zieht auch vor, mehr Frauen und über 30-Jährige anzuwerben. Als IT-Spezialisten sollen sogar Bürger aus anderen EU-Staaten Soldaten werden können. Dem Bundeswehrverband geht das zu weit. Bezüglich der Thematik Öffnung von EU-Bürgern sind wir natürlich skeptisch. Warum? Es geht um Töten und Getötetwerden im Ernstfall. Und da geht es um ein besonderes Treuverhältnis. Da geht es um den Eid und vieles mehr. Gerade mit dem Eid argumentiert die Ministerin zu schwören, Frieden und Freiheit Deutschlands zu verteidigen. Das sei wichtiger als der deutsche Pass. Russlands Präsident Putin hat heute in seiner Rede zur Lage der Nation versöhnliche Töne in Richtung Westen angeschlagen. Sein Land wolle mit niemandem Konfrontation, es brauche Freunde. Zugleich betonte Putin, Russland dulde allerdings keine Missachtung seiner nationalen Interessen. Das Verhältnis zur EU und zu den USA ist angespannt, wegen der Ukraine-Krise und Russlands Allianz mit dem syrischen Machthaber Assad. Es war ein glanzvoller Auftritt, wie immer, doch auch ein wenig asymmetrisch. Während im Westen Russlands Rolle in Syrien, Ukraine und im weltweiten Propagandakrieg Schlagzeilen macht, widmete Putin der Außenpolitik nur wenige Minuten. Russland sei bereit, mit der neuen US-Regierung gemeinsam die Beziehungen zu normalisieren, auf gleichberechtigter Ebene. Eine eher sanfte Rede, so viele Kommentare, auch wenn Putin dann unter großem Applaus die militärischen Erfolge in Syrien priest. Ich möchte mich bei allen Militärs für ihre Professionalität, ihren Mut und ihre Tapferkeit bedanken. Im Zentrum der Rede standen Innenpolitik und Wirtschaftskrise. Putin kritisierte Beamte und Strafverfolgungsbehörden dafür, Unternehmer zu schikanieren. Und dann selbstkritisch, nicht Weltmarktpreise und Sanktionen seien Grund für die Krise. Die entscheidenden Ursachen für unseren Wirtschaftsabschwung sind vor allem interne Probleme. Es fehlen Investitionen, moderne Technologien und professionelle Arbeitskräfte. Über weite Strecken bemühte sich der Präsident dann jedoch um Optimismus und Zuversicht. Staatshilfen, Wachstumsprogramme und Gesetzesreformen sollen den Aufsprung bringen. Alles nicht so schlimm, so Putins Botschaft. Heute gemeinsam schaffen wir das. Sein Dilemma, seit 15 Jahren schon fordert er in solchen Reden, ein Ende von Beamten und Justizwillkür, den Kampf gegen Korruption, Hilfe für Unternehmen. Wohl auch darum sahen viele seiner Zuhörer heute eher skeptisch aus. Frankreichs Präsident Hollande hält in diesen Minuten eine Fernsehansprache. Dabei kündigte er soeben an, bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr nicht erneut antreten zu wollen. Zur Fernsehansprache von Präsident Hollande, jetzt live aus Paris, Matthias Wert. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Präsident Hollande, der unbeliebteste Präsident, den Frankreich je hatte, wird nicht mehr antreten. Zu groß war der Druck geworden, der politische Druck auf sein Amt, aber auch ihn als Person. Der Druck kam zum einen durch die erfolgreichen Vorwahlen der konservativen Partei mit ihrem sehr erfolgreichen Kandidaten Fignon, der einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung hat. Aber auch der Druck aus der eigenen Partei, den Sozialisten, war gestiegen. Erst am Wochenende hatte Premier Walz, der Regierungschef von François Hollande, erklärt, er sei bereit, notfalls gegen seinen Präsidenten anzutreten, wenn der nicht freiwillig zurücktrete. Das war ein politischer Affront, aber Walz hat mit seinem Affront Bewegung in die Sache gebracht. Nun hat Hollande erklärt, er sei nicht mehr dabei bei der nächsten Runde der Präsidentschaftswahlen. Er hat noch einmal gelobt, seine eigene Amtszeit, was er erreicht habe. Er sagt, er habe die Arbeitslosigkeit wie versprochen heruntergefahren und er habe erfolgreich gegen den Terrorismus gekämpft. Nun findet die Präsidentschaftswahl ohne ihn statt. Und damit zurück zu Thorsten Schröder. Ein Skandal um Kindesmissbrauch im englischen Fußballverband zieht immer weitere Kreise. Nach Polizeiangaben haben sich binnen weniger Tage bereits 350 mutmaßliche Opfer gemeldet. Ermittlergruppen seien landesweit mit den Fällen betraut. Es geht um Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe gegen minderjährige Jungen. Der Skandal war durch Ermittlungen gegen einen vorbestraften Ex-Jugendtrainer ins Rollen gekommen. Der Norweger Magnus Carlsen ist erneut Weltmeister im Schach, zum dritten Mal in Folge. Carlsen besiegte in New York seinen Herausforderer Sergej Karjakin aus Russland in einem Tie-Break-Finale mit 3 zu 1. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 2. Dezember. Heute Nacht bleibt es in der Nordosthälfte stürmisch. Dafür sorgt ein Sturmtief, dass morgen weiter südwestlich für meist unbeständiges Wetter gut ist. Heute Nacht ziehen Wolken südwärts, aus denen es regnet und in den Bergen im Osten auch schneit. Dahinter klart es auf, dann kann Nässe überfrieren. In der Nordosthälfte stürmisch. Morgen lässt der Wind nach, die Wolken ziehen in den Südwesten und in den Süden Bayerns. Im Norden und Osten, später auch in der Mitte, viel Sonne. In der Nacht Abkühlung auf 8 bis minus 6 Grad. Morgen 1 Grad im Bayerischen Wald bis 9 am Niederrhein. Am Samstag hartnäckiger Nebel oder Hochnebel, sonst sonnig. Sonntag und Montag setzt sich das ruhige Hochdruckwetter fort. Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr. Karen Miosga hat dann diese Tagesthemen für Sie. Zittern vor Italien, was das Verfassungsreferendum am Sonntag für Europa bedeuten könnte. Und froh schon über Wasser und Brot, das Leiden der Menschen im jemenitischen Bürgerkrieg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.